Nachdenkseiten Die kritische Website Linke hört endlich die Signale. Die Wahlschlappen müssen Folgen haben. Von Tobias Riegel Die Linkspartei braucht einen konsequenten und schnellen Wechsel in Ausrichtung, Parteiführung und Erscheinungsbild. Die Probleme der Partei liegen offen zu Tage. Die nun geforderte Analyse darf nicht zur Verschleppung der offensichtlich nötigen personellen und inhaltlichen Konsequenzen führen. Nach den schlechten Wahlergebnissen der Linken in Sachsen und Brandenburg rufen verschiedene Akteure der Partei zur Analyse des Absturzes in der Wählergunst auf. Dadurch könnte und soll mutmaßlich der Eindruck entstehen, Die Ergebnisse der Landtagswahlen seien überraschend, die Gründe dafür unbekannt und als habe sich das Desaster nicht lange und deutlich angekündigt. Dabei sind diese Gründe offensichtlich und sie wurden als Warnungen mannigfaltig formuliert in der jüngeren Vergangenheit. Das Abschneiden der Linken ist darum alles andere als überraschend. Und wer diesen Eindruck der Überraschung dennoch erweckt, der möchte die proklamierte Analyse möglicherweise verhindern und nicht in Gang setzen. Wagenknecht-Mobbing und Wählerbeschimpfung Ganz vorne ist als solcher Grund der infame Umgang von Teilen der Partei mit der Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht zu nennen, den Albrecht Müller etwa in einem verlinkten Artikel beschrieben hat. Angesichts dieses selbst praktizierten Mobbings gegen Wagenknecht erscheint es umso aufreizender, dass Parteichefin Katja Kipping jetzt davor warnt, dass die Parteikonflikte ins Modell Schlachtenplatte abgeleiten könnten. Weitere Vorgänge, die zur Spaltung der Linken und zur Entwicklung in die drohende Bedeutungslosigkeit geführt haben, hat etwa Jens Berger kürzlich in einem ebenfalls verlinkten Artikel anlässlich des historisch schlechten Ergebnisses bei der EU-Wahl formuliert. Zitat Niederlage mit Ansage Die Niederlage war vorhersehbar und geht voll auf das Konto des Führungsduos Kipping und Rixinger, die erstmals den gesamten Wahlkampf alleine bestimmten und mit ihrer Strategie, sich neben den Grünen im linksliberalen Lager zu positionieren, gnadenlos baden gingen. Wer wählt schon die Kopie, wenn er auch das Original wählen kann? Zitat Ende In einem anderen verlinkten Artikel haben die Nachdenkseiten zum Thema geschrieben, Zitat Grünliberale Lifestyle-Partei Linke zieht am Wähler vorbei Wie weit dieser Fokus jedoch am potenziellen linken Wähler vorbeizielt, hat Sarah Wagenknecht aktuell beschrieben, ebenfalls verlinkt, Zitat Zitat Ende Die Linke in ihrem aktuellen inhaltlichen und personellen Zustand ist diese Alternative offensichtlich nicht. Wagenknecht nennt einige Gründe für das Abwenden der Zielgruppe von der Partei, Zitat Zitat Ende Die Mitschuld der Linken am AfD-Erfolg Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegenüber betonte Wagenknecht auch die Mitschuld der Linken am AfD-Erfolg, Zitat Zitat Ende Ähnlich äußerte sich Dietmar Bartsch, der Co-Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag im Deutschlandfunk, Zitat Migration und Fluchtursachen Wir werden nicht mehr als Interessenvertretung im Osten angesehen, wir werden zu viel als Bestandteil angesehen. Wir müssen selbstverständlich nach so einem Desaster Grundfragen unserer strategischen Ausrichtung stellen. Die Frage, welche Rolle spielt die Linke im Parteiensystem, was sind unsere zentralen Zielgruppen, das ist nicht trivial, das muss angesichts der Veränderung, die wir in der Gesellschaft haben, neu justiert werden. Zitat Ende Zu den Konflikten in der Linken um die Migrationspolitik, sagte Bartsch, Zitat Nebelkerzen der Wahlverlierer Die Äußerungen von Bartsch und Wagenknecht könnten Hoffnung machen auf eine Besinnung der Partei auf die Sorgen ihrer Zielgruppe. Andere aktuelle Stellungnahmen aus der Partei säen aber ernste Zweifel an dieser Erkenntnis. So genierte sich etwa Marika Tentler-Valenta von der Sächsischen Linken nicht, die Wahlverlust in ihrem Bundesland der sozialen Bewegung Aufstehen in die Schuhe zu schieben. Zitat auf Twitter Marikat 5 von Die Linke kritisiert in einer ersten Analyse des Wahlergebnisses ihrer Partei die Sammlungsbewegung Aufstehen.de von Wagenknecht Scharf. Zitat Ende Und die Parteichefin Katja Kipping sagte nach der Wahl zwar einerseits Andererseits bezeichnete sie als mögliche Ursache für die schmerzliche Niederlage aber den Wunsch vieler Wähler, eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern. Demnach war also nicht zuerst die von Kipping durchgefochtene Parteilinie der Grund, sondern taktische Überlegungen der Wähler. Selbstkritik klingt anders. Sollen die Konsequenzen aus dem Wahldesaster verschleppt werden? Nun soll scheinbar Zeit geschunden werden, bevor Konsequenzen gezogen werden, wenigstens bis zur Landtagswahl in Thüringen. Diese Vertagung kann einen Verdacht erwecken. Sollen dadurch die offensichtlich notwendigen Entscheidungen, die nun in der Partei anstehen, einmal mehr vertagt werden? Und soll zusätzlich der relativ klare Charakter der linken Konflikte verunklart werden? Katja Kipping scheint zumindest noch die Hoffnung zu haben, den eigenen Sturz verhindern zu können, nach etwas Zeit und mit ein bisschen Verständigung. Zitat Was die personelle Aufstellung anbelangt, habe ich immer die Hoffnung, dass es gelingt, uns gemeinsam zu verständigen, und das machen wir aber ganz bewusst erst nach der Thüringenwahl. Zitat Ende Und auch der Co-Chef der Partei, Bernd Rixinger, macht den Eindruck, dass der Ernst der Lage noch nicht zu ihm durchgedrungen ist. Wir müssen uns nicht neu erfinden, sagte Rixinger laut Medien, aber es seien neue Fragen auf den Plan gekommen. Dabei verwies er ausgerechnet auf den Klimaschutz. Und so scheint etwa die Tagesschau recht zu behalten, wenn sie schreibt, Zitat Trotz der Wut und Enttäuschung über die Wahlergebnisse wird der Richtungskampf in der Linken wohl erst nach der Landtagswahl in Thüringen mit aller Härte geführt werden. Zitat Ende Die Zeit der Appelle und der warmen Worte ist vorbei. Doch ist dieses Spielen auf Zeit klug? Sollte die Zeit der Vertagungen durch warme Worte und Appelle nicht endlich vorbei sein? Schließlich scheint die Geduld der potenziellen linken Wähler mit ihrer Partei an ihrem absoluten Endpunkt angelangt zu sein. Die Bürger verlangen von der Partei Basis und den Delegierten zu Recht, dass die nun nochmals gewonnenen Erkenntnisse endlich in konkrete Handlungen und Abstimmungsergebnisse umgesetzt werden. Die Landtagswahlen haben die Dramatik des Absturzes endgültig verdeutlicht. Darum sollte die Basis der Linken wenigstens den verbliebenen linken Wählern schnell das deutliche Zeichen senden, wir haben verstanden. Dieses Zeichen darf sich aber nicht in Symbolik verlieren, es muss sich in konkreten, personellen und inhaltlichen Veränderungen in der Partei niederschlagen. Als erstes müssen die Parteichefs abtreten, denn, um nochmals den Artikel von Jens Berger zu zitieren, Nun haben Kipping und Rixinger gezeigt, dass sie keine Wahlen gewinnen können und es ist an den Gremien daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Diese Aussage bezog sich noch auf die EU-Wahl und sie wurde nun traurig und dramatisch und gleich zweifach bestätigt. Ein nun geforderter Sonderparteitag der Linkspartei wäre also einerseits zu begrüßen, Andererseits lässt ein Blick auf den vergangenen Parteitag wenig Raum für Optimismus. Schlachteplatte Wenn mutmaßliche Intriganten plötzlich Fairness einfordern Es mag, wie gesagt, aufreizend sein, dass nun ausgerechnet Katja Kipping davor warnt, die Parteikonflikte in das Modell Schlachteplatte abgleiten zu lassen. Schließlich waren es Kipping und ihr hochmotivierter Kreis von Unterstützern, die Sarah Wagenknecht dem politischen Gegner ein ums andere Mal skrupellos auf eben jener Schlachteplatte serviert hat. Und das auch noch in Kollaboration mit fragwürdigen großen Medien, wie etwa drei Verlinkungen innerhalb des Artikels zeigen. Doch die Nachfolger Kippings müssen besser sein als die aktuelle Parteiführung. Darum sollte der unvermeidliche Abgang von Katja Kipping und Bernd Riexinger würdig und frei von Häme vonstatten gehen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.